Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, was ihr hier seht, das ist ein Krater auf dem Mars. Und dieser Krater im Besonderen zeigt uns sehr viel Eis in diesem Krater. Der befindet sich in der Nordpolregion und es ist klar, dass es hier auch Wassereis gibt. Das wurde mit verschiedenen Sonden auch dementsprechend nachgewiesen. Vor allem hier in den Randbereichen sieht man immer wieder Abbruchfelder, in denen dann tatsächlich Wassereis frei wird. Und das kann man dann mit speziellen Satelliten, die sich momentan auch im Orbit befinden, zum Beispiel mit dem Mars Reconnaissance Orbiter, genau erforschen, wie viel Wassereis dort existiert. Und das ist eine Menge. Aber es gibt auf dem Mars wesentlich mehr Wasser, als man das vorher vermutet hat, nämlich unglaublich viel Wasser. Dieses Wasser befindet sich allerdings nicht an der Oberfläche und auch nicht in den Polregionen, sondern dieses Wasser befindet sich sehr tief im Inneren des Planeten, in einer Tiefe von 10 bis 20 Kilometern. Und ja, das ist jetzt mal positiv im Sinne von, wenn man irgendwann mal hier auf dem Mars Kolonien gründen will, dann könnte man tatsächlich dieses Wasser verwenden. Allerdings natürlich mit dem einen Problem, erstmal muss man da rein, ja, in den Mars. Und wie hat man das jetzt festgestellt, werden viele Fragen. Nun, es gab eine Mission, und zwar InSight. InSight sagt euch vielleicht noch etwas. Hier seht ihr diese Sonde, die zum Mars geschickt wurde. Und diese Sonde hatte, ja, ein spezielles Equipment mit dabei. Zum einen ein, ja, Bohrkopf, der eigentlich dazu gedacht war, in das Innere des Mars hinein zu bohren. Ungefähr eineinhalb Meter war der Plan. Das hat aber nicht funktioniert. Leider, muss man sagen, denn hier hätte man den Wärmefluss im Inneren des Planeten genau erforschen können, bezüglich der möglichen vulkanischen und seismischen Aktivität im Inneren. Aber die seismische Aktivität wurde unter anderem auch durch dieses Teil hier ermöglicht, oder die Untersuchung der seismischen Aktivität. Das war nämlich unser kleines Seismometer hier. Und das hat Erschütterungen festgestellt auf dem Mars, die unter anderem zum einen darauf hinweisen, dass es im Inneren des Mars noch durchaus das Potenzial sogar für Vulkanausbrüche gibt. Aber zum anderen wurden die Erdbebenwellen, die durch die Beben ausgelöst wurden, dazu verwendet, mal ein bisschen genauer zu gucken, wie die Reflektivität im Inneren des Planeten bezüglich der Ausbreitung von Erdbebenwellen ist. Glück hatte man im Übrigen auch, dass ein paar Asteroiden auf dem Mars geknallt sind. Naja, Asteroiden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wie groß werden die Dinger gewesen sein? Ein, zwei Meter Durchmesser. Aber diese Wellen haben auch das ermöglicht, dass man herausgefunden hat, dass im Inneren des Mars extrem viel Wasser existiert, nämlich zum großen Teil gefroren, im Gestein selber gebunden. Das heißt also, ja, es gibt auf dem Mars noch sehr, sehr viel Wasser. Nun, das Thema Wasser auf dem Mars ist ja immer die Frage, okay, was wollen wir denn irgendwann mal auf dem Mars? Und die Forschungsergebnisse, die man da erzielt, zeigen uns, dass der Mars irgendwann mal so ausgesehen haben könnte. Das heißt also, mit durchaus extremen Mengen Wasser bedeckt, ähnlich wie die Erde auch. Und deswegen war immer die Frage, was ist mit dem ganzen Wasser passiert? Ist das tatsächlich alles aufgespalten worden in Wasserstoff und Sauerstoff durch zum Beispiel die Einstrahlung, harte UV-Strahlung und so weiter und so fort, also Sonneneinstrahlung und chemische Abläufe, die dann stattfinden? Oder war es durchaus dann möglich, dass viel Wasser auf dem Mars in Eis in irgendeiner Form existiert? Und diese Entdeckung, die man jetzt gemacht hat, ist eben, dass der Mars mal so ausgesehen hat. Und was dann mit dazugekommen ist, das heißt also, beim Absinken des Meeresspiegels war die Frage, warum ist denn das ganze Wasser plötzlich verschwunden? Und das ist ein Teil dieser Forschung. Man hat festgestellt, dass das Wasser versickert ist im Mars. Das heißt also, ein Teil des Wassers ist versickert und ein anderer Teil ist an der Oberfläche geblieben und dann eben gefroren. Das heißt also, das, was wir hier sehen, das sind die Felder, die wir momentan noch sehen können, also große Eisfelder an der Oberfläche, hauptsächlich an den Polen und natürlich dann auch in Kratern, die sich dort befinden. Dort gibt es immer noch den Nachweis von Eis und der Rest dieses Wassers ist tatsächlich im Mars versickert und gebunden in Gesteinsschichten, die sich teilweise bis zu 20 Kilometer unterhalb der Oberfläche befinden. Und dort ist so viel Wasser, wenn man das alles dann wieder schmelzen würde, dann hätten wir tatsächlich wieder sowas. Das heißt also, alles Wasser, was auf dem Mars existiert, im Inneren des Planeten, könnte den ganzen Planeten wieder zu einem sehr interessanten Objekt in unserem Sonnensystem machen. Was aber momentan natürlich absolut unwahrscheinlich ist, dass das passiert, denn selbst wenn das Wasser oder selbst wenn der Mars eine Atmosphäre hätte, selbst wenn es an der Oberfläche 20 Grad hätte, fehlt immer noch die Möglichkeit, wie kommt das Wasser dann von da unten wieder hoch. Also wie muss die Temperaturverteilung sein? Ein Teil könnte natürlich sein, wenn es auf dem Mars vulkanische Aktivität geben würde. Das heißt also, wenn es hier in irgendeiner Form zum Beispiel Vulkanausbrüche gäbe, die dann den Untergrund erhitzen, dann würde Folgendes passieren, das ist ja das Interessante daran, wir hätten dann sehr viel Wasserdampf, der aus dem Inneren des Planeten auch kommen würde. Das würde die Atmosphäre mit Wasser anreichern, also Wasserdampf anreichern und dann käme es hier zu Niederschlägen und diese Niederschläge wären tatsächlich so extrem dann, dass sich auch wieder sowas wie Ozeane bilden könnten. Aber momentan ist es auf dem Mars so, dass wir keinerlei großartige vulkanische Aktivität feststellen. Es gibt auf dem Mars Regionen, in denen ja vulkanische Aktivität stattgefunden hat. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob ich das finde, hier in dieser Übersicht, muss ich mal ganz kurz mal gucken, ob ich hier einen Shortlink habe, aber anscheinend momentan nicht. Es gibt auf dem Mars ein Gebiet, Cerberus Fossei, was ich jetzt hier wahrscheinlich nicht finde, weil meine geografischen Kenntnisse bezüglich des Mars etwas eingerostet sind oder besser gesagt, ja, nie vorhanden waren. Es gibt auf dem Mars ein Gebiet, Cerberus Fossei, ich tippe mal hier irgendwo, ich weiß es nicht mehr so genau, da gibt es Spalten, die sich dort geöffnet haben und aus diesen Spalten gab es effusive Ausbrüche. Effusiv heißt Lava Fontänen und Lavaströme und mit den Aufnahmen, unter anderem auch mit dem Mars Reconnaissance Orbit, also diese Aufnahmen, die ihr hier seht, hat man festgestellt, dass diese Spalten, die sich dort bilden, also das sind jetzt nicht die, über die ich gerade reden will, das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, dass ich das hier auch mal bringen könnte, das Thema, da hat man festgestellt, dass diese Ausbrüche wahrscheinlich erst 70.000 Jahre hier sind. Das heißt, dass es vor 70.000 Jahren auf dem Mars anscheinend noch vulkanische Aktivität gab, auch wenn es nur kleine effusive Ausbrüche sind, also Lavaströme, ähnlich wie auf Island. Stellt euch vor, ihr habt jetzt zum Beispiel diese Ausbrüche auf Island, die momentan dort stattfinden, im Kopf, schaut euch diese Lava Fontänen an, genauso war das auf dem Mars vor ungefähr 70.000 Jahren in bestimmten Regionen und eine Verschärfung der vulkanischen Aktivität könnte dann dazu führen, dass dieses Wasser tatsächlich auch wieder an die Oberfläche kommen würde. Im Übrigen, kleiner Funfact, es wurde mit dem Mars Reconnaissance Orbiter und auch mit anderen Sonden, die sich um den Planeten momentan bewegen, eine Gravitationsanomalie festgestellt. Diese Gravitationsanomalie befindet sich in diesem Bereich hier, das heißt also, hier haben wir dieses große Tal, das kennt ihr mit Sicherheit, und in diesem Bereich darunter befindet sich eine gigantische Magmablase, eine sogenannte Blume nennt man das Ganze. Das hat einen Durchmesser von 3.000 Kilometern, diese Blume. Und das heißt, im Inneren des Planeten ist noch genügend Potenzial vorhanden, um große Ausbrüche zu verursachen. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auf den Mars wieder mal ein Vulkan ausbricht, und zwar im größeren Rahmen. Es ist allerdings so, dass wir ja momentan zumindest planen, bezüglich dieser Thematik, die hier auch erforscht wird, zu gucken, wie kann man denn auf dem Mars zum Beispiel eine Kolonie gründen. Dieses Wasser, über das wir jetzt hier zum Beispiel reden, ist ja momentan gefroren. Selbst wenn wir das gesamte Wasser, welches sich auf dem Mars befindet, hier in diesen Gebieten, also jetzt mal an die Oberfläche verfrachtet, sozusagen schmelzen würden, heißt das noch lange nicht, dass das dann auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das heißt also, die Frage ist, wie kommt es raus aus dem Planeten. Unsere Bohrleistungen auf unserem Planeten zeigen uns ja eindeutig, dass wir ab einer bestimmten Tiefe Probleme bekommen. Was ist das tiefste Bohrloch auf der Welt? Könnt ihr mal unten in die Video, nicht in die Videobeschreibung, aber in die Kommentare schreiben. Ich glaube, so bei 20 Kilometer liegen wir da. Maximale Bohrtiefe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich wurde damals in der Sowjetunion gemacht, diese Bohrung und ja, da gab es auch Riesenprobleme und man hat es zwar geschafft, so tief zu bohren, aber weiter geht es halt nicht mehr. Das liegt natürlich hauptsächlich bei uns auf unserem Planeten daran, dass es auf der Erde aber in einer bestimmten Tiefe extrem heiß wird. Wie das auf dem Mars ist, das hätte eben auch die Sonde InSight herausfinden sollen und zwar mit diesem Gerät hier, also mit diesem Bohrkopf, was leider nicht funktioniert hat. Denn hier hätte man den Wärmefluss genauer untersuchen können, das heißt also feststellen können, was hier in einer bestimmten Tiefe eineinhalb Meter an Restwärme aus dem Planeten heraus messbar gewesen wäre. Und das fehlt jetzt natürlich bei der Gesamtmission von InSight, weil man das eben nicht feststellen konnte. Trotzdem ein sehr interessantes Thema bezüglich der Wasserverteilung auf dem Mars und natürlich auch für zukünftige Missionen, die dann wahrscheinlich auch etwas mit Bohren zu tun haben. Aber wenn das in kleinem Rahmen hier schon nicht so richtig funktioniert, dann braucht man da schon eine ganz andere Technologie, im Übrigen auch eine andere Technologie, wie wir sie zum Beispiel momentan auf der Erde verwenden, um tiefe Bohrungen durchzuführen. Wobei natürlich immer die Frage des Nutzens vorhanden ist, wenn ich auf unserem Planeten 20 Kilometer tief bohre, was will ich da drin? Gibt es da irgendwas, was hochinteressant ist, wo man sagt, ja gut, okay, das wäre jetzt etwas, wo es sich lohnt, in irgendeiner Form diese Bohrungen durchzuführen. Auf dem Mars wäre der Ansatz ein ganz anderer, weil man dieses Wasser dazu benötigen würde, zum Beispiel auch eine Kolonie am Laufen zu halten. So, meine Lieben, das war ein sehr interessantes Thema. Wie finde ich, packe euch den Link zu einem Artikel unten in die Videobeschreibung und im Übrigen auch die Links zum Beispiel zu Inside-Seite, also Missionsseite. Wie gesagt, Mission ist beendet. 15. Dezember 2022 war End of Mission. Da ist der Strom dann weg gewesen. Das heißt, die Mission war zeitlich begrenzt. Und das, was ihr hier seht, der Murray Lab, das ist tatsächlich eine Gesamtübersicht des Mars, wo man sehr detailliert unter anderem auch Strukturen sich anschauen kann. Das packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, diesen Link. Und dann könnt ihr die Mars-Oberfläche ein bisschen erforschen und mal gucken, was ihr da so alles findet. Vielleicht auch das ein oder andere UFO, ich weiß es nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.